UNTERTITELUNG Franz, ich bin überzeugt, dass du noch scherzi della natura dotati di poteri speciali. Drei Männer! Und ein kleines Mädchen! Er hat nun das dritte Reich in die Zukunftsgradung! Der Franz wäre gerne Soldat geworden. Ja, er hat sechs Finger in jeder Hand. Auch wenn er das nicht wahrhaben will, ist er selber ein Freak. Das macht ihn zum größten Pianisten der Welt. Deswegen ist er hier und versucht, diese vier Superhelden zu finden, mit denen er Adolf vor dem Untergang bewahren kann. Ein Hitler! Ein Hitler! Er hat eine andere Perspektive auf dieses Thema. Er hat auch vielleicht verspielte und unverkampfte an die Sachen angeht. Er ist so, wenn er die Karte der Karte der Karte der Karte der Karte der Karte ist, aber auch die Karte des Karte. Er ist eine Rockstar. Nun, wir hören. Das ist das Ziel. Wir sind auf dem Flugzeug. Wir finden uns auf Israel. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin der Tannen. Wir wollen. Da, pronti? Piano del cazzo! 3, 2, 1, dai! Hier das mitt 47, oder? Guten Abend Ro! Willkommen im Zirkus Berlin! Ha, 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 ha! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.